so und dementsprechend ein hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu gossip night ja wir sind hier als robben haben freeze besiegt wir haben dementsprechend jetzt noch ein bisschen in die stadt sicher gemacht und ich würde sagen als nächstes gehen wir mal kurz hier an pc am bad computer an die fallakten wir haben ja noch thal al ghul mit 23 bis 26 oder das gerangel am staubecken clayface und ich würde sagen clayface ist neben story deswegen machen wir clayface jetzt als erstes sie zu holen würde zu lange dauern hey vielleicht nehmen wir den als köder das führt doch zu nichts hast du wieder was kaputt gemacht sie scheinen nach norden zu wandern team der ton bewegt sich das macht er manchmal kein ding team team scheiße team er ist in den abfluss Warum hast du nichts gesagt? Hab ich. Das hat er wirklich. Leute, kommt mal her! Alle Stücke von Clayface in der Stadt halten aufs Staubecken zu. Toll. Dann erledigen wir alle auf einmal. Du hast es gesehen. Wenn sie die Rohre blockieren, wie hier, baut das riesigen Druck auf. Wenn der Damm bricht, wird North Gotham geflutet. Ohne Zeit zum Evakuieren. Ich ruf Montoya an und sag ihr, was los ist. Oh, oh, er will die Stadt fluten. Ist klar, dann müssen wir ja mal dahin, nee. Als kleiner Robin. Moin, Montoya. Verdammt, was soll das? Hi. Kommissioner Kane ruft dauernd an. In der ganzen Stadt gibt es kein Wasser. Wir sollen uns sofort drum kümmern. Wann gehe ich jetzt? Irgendwas besorgniserregendes da drin? Die meisten Leute von der Nachtschicht sind gegangen, nachdem sie gesehen haben, dass der Schlamm die Rohre hochfließt. Du solltest hier bald deine Ruhe haben. Damit komme ich klar. Besser du als ich. Verzieh dich, bevor die Verstärkung eintrifft. Alles klar. Zieh dich, bevor die Verstärkung eintritt. Weißt du, wir sind auf der gleichen Seite. Weißt du, wir sind auf der gleichen Seite, aber wir werden gehasst. Als Rächer. Weil wir im Grunde da agieren, wo die Polizei nicht agieren kann. Weil die Polizei halt mit Regeln spielt. Also mit den Gesetzen in dem Sinne als Regeln hat. Und wir in dem Sinne ein bisschen uns über die Gesetze hinaus bewegen. Aber nicht im bösen Sinne halt. Da, guck mal. Slime. Beziehungsweise nicht Slime, sondern Leben. Hallöchen Clayface. Na, mein Großer. Tja, das ist nicht gut. Kommst du wegen dir so, Robin? Spielen wir doch Theater. Suchst du noch den Helden? Du helst mich nicht auf. Los, such mal. Aua, aua, aua. Autsch. Out. Du kommst dir nicht leben raus. Out. Versuch's ruhig. Du gewinnst nicht. Und sterb mir. Hallo. Nene. Oh Gott. Aua. A little bit. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. Ah, nee, lass mal. Aua. Oh, oh. Nee, mach mal nicht. Ich allein bin hier der Star. Okay. Sorry, Leute. Aber dafür mache ich wieder ein bisschen runterstellen. Der ist einfach... Ne, diese Bosskämpfe sind manchmal echt zu nervig. Also, da kann man sagen, was man will. Manche Bosskämpfe sind einfach jetzt zu nervig. Wie... Wie kriegt das hin, mich andauernd da... Dingsen? Dass er andauernd hinkriegt... Ich weiß nicht, wie ich diesen Angriff botzen soll. Dann geht's. BAM! In einer Minute wirst du tauschen. Ja, hier, wieder. In einer Minute wirst du tauschen. Das seh ich gern. So. So. Fuck. Schönes Ding. Komm mal her, hier. So. Na bitte. Hm. Toll. In einem Becken. Hm. Toll. Oh, flüssig. Ja, okay, er ist flüssig geworden. Es ist wohl vorbei? Nein. Äh, Glockenturm? Clayface ist weg. Sind Sie sicher? Wir haben noch was auf dem Schirm. Ah. Ja. Die Werte sind hoch. Sie müssen sofort verschwinden. Ich schicke das Batcycle zu Ihrem Standort. Oh Gott. Ernsthaft? Ich weiß, was ich jetzt tue. Glockenturm. Ich kann gleich gleich nur an einem warm und trockenen Ort erledigen. Wie sehen? Da ist ein Schmelzwerk westlich von deiner Position. Perfekt. Danke. 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 Das war die Werte war. Kommen wir zum Haken. Alsoblätter. Das war die Werte. lass mal noch mal dass man mein freund ich wollte auch nur spielen weg wie jetzt mit weg ouch oh gut ja 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 oh god runde 2 beziehungsweise drei wenn man drei wenn man die wo ist die klappe wenn diese zähne ist vorbei das nenne ich meine peter noch gut Das ist nur mich nur nicht unter deinem Scherz. Oh oh. Ja. Glaube ich. Oh. Autsch. In einer Minute bist du doch. Autsch. WARS. Znach. Bommes. Autsch. Geh mir langsam auf die Nerven! Du lästiges Entsack! Stimmt schon! Schau! 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 Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Okay, er wirft mit Stein, nicht nett Yo, Bär und Komm, 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 komm Okay Okay Aua 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 Nicht auf den Kopf Alter, lass mich doch mal hier aus der Ecke raus Wie mies ist das denn Jo Das war's dann für mich Weil ich habe keine Heilung mehr Ne Ja Ja Das war's Das kriege ich selbst auch vielleicht nicht mal hin, alter Ja Ja Es ist vorbei Tatsächlich Oh So knapp So knapp So fast Nochmal knapp Entschuldigung für die Ausdruckweise Aber Ja Ich würde sagen Wir machen einmal kurz Ähm Hier einen kurzen Äh Die Folge beenden Kurzen Durchschnurfer und versuchen dann nochmal Ja Dementsprechend Bis zur nächsten Folge Ja Ja